Wie kann ich den Alltag verändern? Ich habe Mütter, die nicht nur Mutter sind, sondern eben auch noch einen Beruf haben. Ich habe Väter, die nicht nur Väter, Ehemann, sondern auch noch Mitarbeiter oder selbst Unternehmer sind. Und die einfach häufig diesen Spagat im Alltag spüren, zwischen vielen Anforderungen eingespannt zu sein und sich dabei nicht selber verlieren wollen. Im Grunde ist es etwas für mich selber, eine besondere Zeit auch hier in diesen Räumen verbringen zu können, etwas Gutes mir selber tun zu können. Um dann wieder gestärkt, entspannt, gesund, zufrieden oder sagen wir gesünder, im Alltag wieder wirksam sein zu können. Amen. 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 Vielen Dank.